Hallo und damit herzlich willkommen zu einem Thema, das mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Wie ihr es im Titel vielleicht schon gelesen habt, geht es in diesem Video um die Bergziege. Das Thema liegt mir sehr am Herzen, da der Sinn und die Wichtigkeit der Bergziege noch nicht wirklich bei allen Menschen angekommen zu sein scheint und viele Leute es dem Pferd nicht beibringen, weil sie es, naja, nicht als Showrät, reif und eyecatchy genug empfinden und vielleicht auch einfach keine Ahnung haben, wie sie es ihrem Pferd beibringen sollen oder, ja, was die Wichtigkeit dahinter ist. Hier geht es speziell um Menschen, die zum Beispiel ihrem Pferd gerne das Kompliment beibringen, das Liegen, das Steigen, Zirkuslektionen einem Pferd beibringen, die halt sehr aufmerksamkeitserregend sind, die sehr stolz und edel aussehen und viele Leute wissen gar nicht, dass die Bergziege eigentlich super wichtig ist und dem Kompliment und dem Knien und am besten auch dem Liegen vorausgehen sollte. Und viele, viele Menschen wissen auch gar nicht, wie gesund die Bergziege eigentlich für das Pferd ist, besonders für den Pferderücken und wie viel länger euer Pferd bzw. der Pferderücken gesund bleibt zum Reiten durch die Bergziege. In diesem Video werde ich euch also erklären, warum die Bergziege so wichtig ist und warum sie so gesundheitsfördernd ist und warum sie eigentlich jedes Pferd können sollte. Dann werde ich euch noch zeigen bzw. erklären, wie man einem Pferd die Bergziege am besten beibringt. Außerdem werde ich euch noch zeigen, wie ich meinem Pferd die Bergziege beigebracht habe und warum ich das so gemacht habe. Und ich werde euch auch noch erklären, warum ich jetzt nicht zu der Art tendieren würde, wie ich meinem Pferd die Bergziege beigebracht habe. Und als letztes werde ich euch drei Tipps und Tricks verraten, wie ihr ein bisschen Abwechslung in das Training der Bergziege reinbekommen könnt, wie es für das Pferd vielleicht auch einfach einfacher ist. Dieses Video ist in Kooperation mit der lieben Jenny Felter entstanden und in Zusammenarbeit mit Romy Wirts. Wie ich ja bereits eben erzählt habe, habe ich meinem Pferd die Bergziege nicht auf normale Art und Weise beigebracht, sondern auf etwas speziellere, andere Art und Weise. Auf jeden Fall brauchte ich für dieses Video dann noch eine Person, die euch zeigt, wie man die Bergziege normalerweise beibringt und die euch auch zeigt, wie es im Endeffekt aussehen soll. Denn kleiner Disclaimer vorweg, ich und Mai-Team, wir sind noch im Training, das heißt, wir sind noch lange nicht am Ende. So wie die Bergziege bei ihm aussieht, das ist schon sehr gut, aber noch nicht perfekt. Und deswegen finde ich es super, super, super toll, dass die Jenny sich auf meine Anfrage gemeldet hat und mir jetzt ein, zwei Clips zur Verfügung gestellt hat für euch, dass ihr seht, ja, wie man einem Pferd die Bergziege normalerweise beibringt und wie es im Endeffekt am besten aussehen sollte bei einem Profi. Jenny habe ich, glaube ich, letztes Jahr auf der Dortmunder Hund- und Pferdmesse kennengelernt. Da wurden wir zusammen in einen Ring gesteckt, denn wie ihr wisst, ist Mighty blind und ich bin halt mit ihm auf diese Messe gefahren, weil wir eingeladen wurden und auch Jenny wurde eingeladen. Und man hatte zusammen in einen Ring gesteckt, denn Jenny hat nur noch 10% ihrer Sehkraft und da, naja, irgendwie wir beide das Thema Blindheit behandeln, hat man es für eine gute Idee gehalten, uns zusammen in einen Ring zu stecken und, ja, zusammen über das Thema Blindheit aufzuklären. Habe ich mich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, Jenny da kennenzulernen und auch noch den Kontakt bis jetzt mit ihr aufrechtzuerhalten und bin ihr unfassbar, unfassbar dankbar, dass sie mir die Videos zur Verfügung gestellt hat. Nachdem ich beschlossen hatte, dieses Video zu drehen, musste ich mich natürlich auch erstmal über die Art und Weise informieren, wie ich meinem Pferd die Bergziege beigebracht habe, ob das überhaupt gesund fürs Pferd ist, ob das überhaupt richtig von mir war, ob das überhaupt, keine Ahnung, im Endeffekt bleibende Schäden sogar hinterlassen könnte. Ich habe das ja, wie gesagt, meinem Pferd so beigebracht, wie ich es in dem Moment jetzt richtig empfunden habe und wollte auf jeden Fall, bevor ich euch diese Methode weitergebe und erkläre, warum ich das so gemacht habe, erstmal abchecken, dass die Methode, die ich verwendet habe, im Endeffekt auch nicht zum Nachteil des Pferdes ist. Deswegen habe ich die liebe Romy Wirts angeschrieben. Die ist nämlich Pferdetrainerin und auch sie hat ihrem Pferd die Bergziege beigebracht, beziehungsweise ihrem Pferdin. Und, ja, ist nicht nur im Thema Bergziege, sondern generell im gesamten Thema Zirkuslektionen, hoher Reitkunst und so weiter und so fort. Ein absoluter Profi. Ich verfolge sie schon wirklich lange auf Instagram. Ich finde die Art und Weise, wie sie mit ihrem Pferd umgeht, wirklich ganz, ganz toll und vertraue ihr 100%. Deswegen habe ich sie angeschrieben, habe auch eine Antwort erhalten und bin auf jeden Fall froh, dass sie mir das okay gegeben hat, euch meine Methode mitzuteilen. Ich werde euch ganz, 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 ganz bestimmt die Instagram- und YouTube-Accounts irgendwo hier oben, hier im Bild oder in der Infobox verlinken, denn die beiden, da müsst ihr unbedingt vorbeischauen, sind wirklich, das ist meine wirkliche Herzensangelegenheit. Das sind superliebe, nette, süße Menschen, die mir wirklich sehr geholfen haben und ich bin dafür natürlich sehr, sehr dankbar. Also, warum ist die Bergziege so unfassbar wichtig? Warum mache ich mir so einen krassen Kopf da drum? Warum ist sie so gesund? Kommen wir zuerst zum Offensichtlichsten. Die Bergziege trainiert die Rückenmuskulatur, die Hinterhandmuskulatur und die Bauchmuskulatur. Dadurch, dass die Hinterhand zur Vorderhand kommt, entsteht natürlich so ein Katzenbuckel, also das Pferd wirbt den Rücken auf, der Bauch muss natürlich dadurch eingezogen werden und es wird viel, viel, viel Gewicht auf die Hinterhand aufgenommen. Wenn ihr euer Pferd also noch mit 30 Jahren gesund reiten möchtet, im Schritt, dann rate ich euch auf jeden Fall die Bergziege, denn wenn ihr einen starken, gut bemuskelten Rücken habt, beziehungsweise einen stark, gut bemuskelten Bauch, denn ohne eine starke Bauchmuskulatur gibt es auch keine starke Rückenmuskulatur, das hatte ich euch aber schon mal erklärt in einem anderen Video, das verlinke ich euch hier oben. Wenn ihr also ein Pferd habt mit 30 Jahren, das eine starke Rücken- und Bauchmuskulatur hat, dann könnt ihr da locker, blockig, ohne euch Gedanken zu machen, also ohne euch Großgedanken zu machen, einen Sattel drauf packen. Wenn es dann noch eine starke Hinterhandmuskulatur hat, wo es dann auch schon das Gewicht aufnehmen kann, ein Pferd, das sich schon rund machen kann, das ist natürlich super mit der Bergziege zu erreichen und deswegen ist mir das ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Ein weiterer wichtiger Punkt der Bergziege ist, dass die Bergziege Koordination und Balance fördert. Auf jeden Fall merke ich das sehr, sehr stark bei meinen blinden Pferden, die natürlich Koordination und Balance unfassbar nötig haben, dass durch die Bergziege das stark geschult wird. Und an alle Kritiker da draußen, die gerade denken, boah, was labert ihr eigentlich für ein Quatsch? Ich möchte, dass ihr euch mal auf euer Pferd setzt, Schritt, Trapp, Galopp macht und die Bergziege an oder ein bisschen übt. Natürlich sollte das Pferd dann schon hin und wieder die Bergziege mal geübt haben, also dass das Pferd die Bergziege kennt und dann bei dem Training auch wirklich schön den Rücken aufwüllt. Und nach dem Üben von 5 Minuten Bergziege, vielleicht auch 10 Minuten, das kommt aufs Pferd an, variiert aufs Pferd, möchte ich, dass ihr euch wieder draufsetzt und dann mal in den Galopp geht. Schritt, Trapp merkt ihr den Unterschied auch, aber ich finde, im Galopp ist es wirklich so ein krasser Unterschied. Als ich das das erste Mal so gemerkt habe, ist mir echt die Spucke weggeblieben, denn ich merke einfach, dass wenn ich gerade die Bergziege geübt habe, dann in den Galopp gehe, mein Pferd sich richtig schön rund macht, ich richtig schön tief sitze und ich merke einfach, wie er viel mehr Last auf die Hinterhand aufnimmt. Und das ist natürlich nicht nur für mich viel angenehmer zu reiten, sondern auch für ihn viel, viel, viel gesünder. Bevor ihr an die Bergziege geht, sollte euer Pferd auf jeden Fall aufgewärmt sein. Das heißt, an der Longe warm laufen lassen, wie auch immer. Es ist unfassbar, unfassbar wichtig, dass ihr ein warmes Pferd habt mit entspannten Muskeln. Also ich bitte euch bitte darum, nicht kalt die Bergziege zu üben. Das wird einerseits nicht funktionieren, andererseits tut es dem Pferd nicht gut. Also bitte denkt an diese Warnung. Ich stecke ja hier im Moment in Afrika und ich versuche gerade im Moment einer Blindenstute hier die Bergziege beizubringen, auf genau die Art und Weise, wie man es einem Pferd am besten auch beibringen sollte. Deswegen erkläre ich euch die ersten Schritte jetzt an mir und an der Blindenstute Blush und ja, die fortgeschrittenen Schritte dann an der lieben Jenny und ihrem Bill. Ihr legt eine Stange vor die Vorderhufe eures Pferdes. Diese Stange wird als Begrenzung genutzt, dass das Pferd weiß, dass es nicht darüber hinaustreten soll und es macht einfach den ganzen nächsten Prozess sehr viel einfacher. Als nächstes müsst ihr darauf achten, dass die Vorderfüße schön versammelt nebeneinander stehen. Also richtig schön auf einer Linie. Dann braucht ihr entweder eine ziemlich, ziemlich lange Gärte oder ihr holt euch jemanden als Assistenz oder zu Hilfe, wie ihr das halt möchtet. Das ist euch überlassen, ob ihr da jemanden findet oder ob ihr einfach lieber alleine trainieren möchtet. Auch darauf gucken und darauf achten, worauf das Pferd eher anspricht. Ich habe es auf jeden Fall alleine gemacht. Darauf hat auch Blush sehr gut angesprochen. Ich habe mich dann auf jeden Fall vor sie gehockt, habe einen Strick an das Halbster gemacht und habe sie dann... Das war bei Blush schon ein bisschen kompliziert. Ich arbeite ja wie gesagt noch nicht sehr lang mit ihr und ich habe halt versucht rauszukriegen, auf was sie eher reagiert. Auf das leicht am Strick ziehen oder auf das Leckerli. Deswegen ist es hier jetzt gerade so ein bisschen ein Misch. Auf jeden Fall habe ich sie mit dem Leckerli ein bisschen nach vorne gelockt beziehungsweise auch ein bisschen am Strick gezogen und zusätzlich mit der langen Gärte ihre Hinterbeine touchiert. Bevor ihr an die Bergziege geht, solltet ihr daher das Touchieren mit eurem Pferd üben. Ihr könnt die Bergziege natürlich auch gerne ohne die Gärte üben. Das heißt, einfach nur das Pferd locken und dafür loben, wenn die Hinterhand an die Vorderhand kommt. Das ist aber deutlich schwieriger. Wenn ihr das so machen möchtet, ist das okay. Ich würde euch raten, mit dem Pferd vorher einfach das Touchieren zu üben, dass es auf leichte Berührung den Fuß hebt. Und dann, wie gesagt, das Pferd halt an den Hinterbeinen touchieren und vorne ein bisschen ziehen, dass das Pferd beim Absitzen des Fußes mit ein bisschen weiter nach vorne kommt. Wichtig ist, dass ihr immer das Bein touchiert, das am weitesten hinten ist. Wichtig ist, dass ihr am Anfang das Pferd schon für kleinste Fortschritte lobt. Das Pferd hat am Anfang noch kaum Rückenmuskulatur, normalerweise zumindest kaum Bauchmuskulatur und kaum Hinterhandmuskulatur. Normalerweise, wie gesagt, no offense, but normalerweise ist es so. Auf jeden Fall geht es deswegen in den ersten Schritten darum, dass das Pferd den Sinn der Bergziege versteht. Also, dass es versteht, dass es nicht über die Stange geht, dass es versteht, dass es auf Touchieren hin mit der Hinterhand an die Vorderhand kommen soll. Und wenn es dann nach ein paar Tagen Klick gemacht hat, könnt ihr das halt ein bisschen auftrainieren. Dann geht es nämlich daran, die Muskeln zu trainieren. Das Pferd wird nicht in den ersten zwei Wochen schon mit der Hinterhand an die Vorderhand kommen, außer es ist ein sehr gut, stark bemuskeltes Pferd. Denn, wie gesagt, normalerweise ist es so, dass ein Pferd mit relativ wenig Muskeln anfängt und dass sie erstmal aufgebaut werden müssen. Und dass es für das Pferd natürlich sehr, sehr schwer ist, mit der Hinterhand an die Vorderhand zu kommen, den Rücken hochzudrücken und ja, diese Muskeln halt zu beanspruchen. Im fortgeschrittenen Verlauf ist es natürlich dann am besten, zu diesem Training, zu dieser Bergziege ein Stimmkommando hinzuzufügen, zusätzlich zu dem Gärtentuschieren. Und irgendwann könnt ihr dann auch die Stange ganz weglassen. Und na ja, dann habt ihr eure Bergziege. Und dann habt ihr die Stange ganz weglassen.